Auf jeden Fall eine echte kleine geheime Empfehlung hier in Koro in Palau. Denn hier kocht die Besitzerin noch selber und sie sitzt auch mitten in der Wohnung sozusagen. So ein richtiges Restaurant gibt es als solches gar nicht. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt auf Toilette gehen will, dass man nicht plötzlich im Schlafzimmer steht. Inneneinrichtung ist jetzt nicht ihr Ding, aber kochen kann sie wirklich richtig gut. So lecker war es, aber jetzt geht es ab nach Hause.